Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kimmichs Kopfball führt Bayern zum Halbfinale-Sieg über Arsenal. Überwältigendes Kopfball. Tor von Kimmich bringt Bayern ins Halbfinale. Es war ein Match, das Fußballfans weltweit in Wallung brachte. Der FC Bayern München sicherte sich am heutigen Abend einen aufsehenerregenden Triumph über das englische Team Arsenal und zog damit ins Halbfinale ein. Der Held des Abends. Kein geringerer als Joshua Kimmich. Dessen entscheidender Kopfballtreffer die Bayerische Elf buchstäblich ins Halbfinale katapultierte. Der FC Bayern München und Arsenal trafen in einem spannungsgeladenen Viertelfinal-Match in der Champions League aufeinander. Von Anfang an war die Intensität zu spüren. Beide Mannschaften zeigten, dass sie bereit waren zu kämpfen. Nach einem intensiven Kopf-an-Kopf-Rennen war es jedoch der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich, der Bayern München durch ein beeindruckendes Kopfballtor in Führung brachte. Der Kopfball kam nach einer präzisen Flanke von Teamkollege Leon Goretzka, die Kimmich mit einer überragenden Kopfballtechnik und Torinstinkt gegen die Gunners verwertete. Sein Treffer, der in der 62. Minute erzielt wurde, gab dem FC Bayern die nötige Führung, um das Match mit einem Endstand von 1 zu 0 für sich zu entscheiden. Arsenal, trotz eines beherzten Spiels, konnte den Angriff der dominanten Bayern nicht widerstehen. Der Kopfballtreffer von Kimmich erwies sich als unüberwindbar. Es war eine schmerzhafte Niederlage für die Gunners, die trotz einer Reihe von Chancen nicht in der Lage waren, den entscheidenden Equalizer zu erzielen. Mit dem Sieg ist der FC Bayern München ein Schritt näher am Champions League-Titel. Der letzte Erfolg in diesem Wettbewerb war in der Saison 2019-20. Dieser Triumph über Arsenal markiert einen weiteren Meilenstein im Laufe einer bereits beeindruckenden Saison für die Bayern. Es bleibt abzuwarten, wer der nächste Gegner der Bayern sein wird. Aber mit dem heutigen Triumph sind Sie selbstbewusst und bereit, die Herausforderung anzunehmen. Mit dieser Form und Kimmich in solch herausragender Verfassung ist es schwer vorstellbar, dass es eine Mannschaft gibt, die den Bayern im Weg zur Champions League-Trophäe stehen kann. Der dynamische Kimmich und sein spektakuläres Kopfballtor werden sicherlich in die Fußballgeschichte eingehen und den Fans des FC Bayern München noch lange in Erinnerung bleiben. Von Anita Farke, Donnerstag, 18. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.